In einer Welt, in der man nur noch lebt, damit man täglich Roboten geht, ist die größte Aufregung, die es noch gibt, das erlaubendliche Fernsehbild. Jeder Mensch lebt wie ein Urwärtsch, wie ein Computer programmiert. Es gibt keinen, der sich dagegen wehrt, nur ein paar Jugendliche sind frustriert. Wenn auf Himmel die Sonne runtergeht, beginnt für die Lüge der Torsch. In kleinen Banden sammeln sie sich, die gemeinsam auf die Jammert. Hey, hier kommt Alex, vor Hang auf, für seine Horror Show. Hey, hier kommt Alex, vor Hang auf, für ein kleines bisschen Horror Show. Auf dem Kreuzzug gegen die Ordnung und die scheinbar heile Welt, Welt zerreben sie die Zerstörung, Gewalt und Totalität. Erst wenn sie ihre Umber leiden, sie spüren sie Befriedigung. Es gibt nichts mehr, was sie jetzt auffällt, denn ihre Gnadenlosen. Hey, hier kommt Alex, vor Hang auf, für seine Horror Show. Hey, hier kommt Alex, vor Hang auf, für ein kleines bisschen Horror Show. 20 gegen einen, bis das Blut zum Vorschein kommt. Ob mit Stöcken oder Steinen, irgendwann platzt jeder Kopf. Das nächste Opfer ist schon dran, wenn ihr den Lieben grad noch fragt. Warum hast du nichts getan, warum hast du nichts getan, nichts getan? Hey, hier kommt Alex, vor Hang auf, für seine Horror Show. Hey, hier kommt Alex, vor Hang auf, für ein kleines bisschen Horror Show. Hey, hey, ich bin Alex, ich bin Alex, vor Hang auf, vor Hang auf, für meine Horror Show. Ich bin Alex, vor Hang auf, für meine Horror Show. complut Untertitelung des ZDF, 2020